Sonne, Regen, ganz wenig Regen, viel Regen. Ich habe noch nie auf den Regen geachtet. Wir müssen auf den Regen diesmal achten, weil wir drei unterschiedliche Regensachen haben. Wir haben ganz viel Regen, ganz wenig Regen und ein bisschen Regen. Und drei Aufträge. Ja! Da bin ich. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Da unten abonnieren, ne? Ja, alles klar. Äh, erstmal hier lüften wieder. So. Ne, so gehört sich das. Bam. Oh. Bam, meinte ich. Oh, so. Eine ganze Münze. So, was haben wir? Wurzeln, Brücke und Glasschermen. Vier Stück. Ja, das ist ja kein Problem. So, die Sachen wachsen und gedeihen versichern. Was ist hier mit eigentlich? Mhm. Besuche Rahner. Am Fuß für das Heim. Aber warum? Rahner ist auch hier. Bist du auch zum Faulenden? Ja, nein und tschüss. Warum nervt mich Rahner so? Wir brauchen auch hier draußen so eine Kiste. Habe ich das Gefühl. Damit man äh, direkt seine Aufgabe zum Beispiel machen kann. So, fertig. Angel. Und dann einmal da hinten hin. Ja, weiter Weg. Tschüss. Oh, das ist wieder kein Traubstang. Das ist einer. Sehr gut. Da im Wasser ist eh nur Blatt oder Geld. La 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 la. Was haben wir hier? Fünf diese Dinger. Die Wacken. Ah ja, die tun wir ja sowieso gerade anpflanzen. So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall nochmal so eine Kiste und dann auf jeden Fall Maschinenwehr. Die Erdbeeren kommen! Da, Tomaten! Ja, okay. Junge. Geht doch nicht so am Rad. Aua. Nein, er war, er, pack den Beutel wieder weg. War so doof. Von einem rumranalieren hier mit dem zack, boom. Zack, boom, batsch. Zack, dumm. Zack, boob. Boob, bap. Das haben wir. Zack, haben wir. So nämlich. Warte, 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 warte. Hallo. Hier unten im Wasser. Wir brauchen einen Tropfstein. Da haben wir einen. Da haben wir wieder einen. Guter Fang, guter Fang. Oh, hier auch noch? Das wäre ja legendär. Hopp. Ah, schade. Ah, warte mal. Hier haben wir auch noch. Tschüss. Na, schade. Na, 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 na. So, dann fangen wir das hier erstmal alles rein. Wir haben übrigens sieben. Das heißt, wir könnten verbessern. So, dann lass mal gucken. Was wollte er jetzt noch haben? Na, 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 na. Na, na, na. Äh, das weiß ich gerade nicht. Das ist hier so ein Dingsen. So ein dicker Affel. Und da ist von dem die Kugel. Und was ist das? Einfach nochmal hier rechts. Also. Von dem die Kugel. Und so ein Ding. Aber was ich jetzt ändere? Das andere ist bestimmt Winterweiler oder so. Egal. Ja, haben wir schon mal die zwei wieder drin? Die sind schon mal wieder drin. So, und verbessern. Können wir hier... Was können wir hier? 15... Haben wir 15. Na, na, ich gucke erst mal hier noch eben. 12 Treibholz. Und 5 Treibholz. Ah, 17 Treibholz brauchen wir dafür. Ja, dafür müssen wir in die eine Dungeon rein, ne? Wollen wir mal gucken, was hier in der Dungeon war? Konnte man hier auch noch mal irgendwie was sammeln? Lass mal hier reingehen. Lange ist es her. Ich glaube, hier war nix, ne? Oder ist hier auch ressourcenmäßig irgendwas gewesen? Ich glaube, hier war nix, ne? So, ah, warte, warte, warte. Mach auf. Das heißt, hier kommt der Bücherwurm ja auch gleich wieder, ne? Kann mich gar nicht mehr hier an... An den Raum kann ich mich gar nicht erinnern. Dass ich hier so im Kreis rumrennen musste. Ja, da ist ein anderer Wurm, oder? Ouch. Bam, 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 bam. Ist ja gleich schon tot. Ja, guck mal, ihr seht. Ja, aber ich glaube, ressourcen-technisch war hier auch nix. Wir haben ein bisschen Arz. Ne. Außer Moos. Da ist auch Tropfstein. Aber auch nur zwei. Da will die Dungeon abrennen. Ne. Okay, gut. Dann gehen wir wieder. Aber mal eben easy gemacht. Einfach so mal eben nebenbei. Einfach so nebenbei. Hier nochmal schön was trinken. Geil. So, guck mal. Wir sind noch vor dem Mittag wieder zurück. Tschüss. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Oder muss ich erst mit ihm reden? Aber dann hätte er ja eigentlich einen Bull für sich, ne? Ne. Ja. Ja. Okay. Was müssen wir dann machen? Achso, am Fuß so das... Genau. Schup, schup. Ba, ba, ba. Di, 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 di. Na, 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 na. Ohohoho. Och, nö. Ja, weißt du was? Dann holen wir uns nochmal eben ganz schnell Sandstein, wenn wir eh schon mal hier sind. Das brauchen wir ja so oder so. So, zack. Das geht ja auch schnell, weil das ist ja gleich hier vorne links und dann da vorne rechts. Hier sind ja ganz viele auf einmal. So. Dann haben wir hier noch. Und hier noch. Oh, shit. Okay, nicht weil man voll ist. So. Dann hier noch. Und hier einmal rüber. Hier ist nämlich auch noch einer. Ach so, warte mal. Jetzt haben wir ja die Sichel, ne? War nicht hier? Sichel, Michel. Ja. Und der wollte ja die Sichel haben. Bup. Siehste? Deswegen bin ich hier. Ein Geist. Tschüss. So, neue Bären könnten wir uns natürlich, wenn wir hier auch schon mal sind, neue Bären holen, ne? Ich glaube, die anderen wachsen hier gar nicht. Weil da stand Sommersiedlung plus zwei Tage zum Beispiel. Was ist das hier? Oh, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Geh mal in die Sachen rein. Alles rein, 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 rein. So, hier können wir nichts machen. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit. Wir müssen zum Job. Aber nicht hier. Hier oben. Hier waren keine Abgeordnete, ne? Hier können wir verkaufen, aber müssen wir nicht. So, was ist mit dem Ding? 15 davon. Und hier noch die Brille. Die nehmen wir noch mit. Und hier Gelee-Bonbon-Samen. Die brauchen wir natürlich auch. Hier ist nix im Moment. Ja, aber soll ich mir die 15 eben holen? Ja, ne? Ich meine, ganz ehrlich. Wir wollen ja eh alles haben, also. So, an was verbessere ich hier halt? Die Flasche. Sehr gut. Flasche wieder voll machen. Äh, an wo können wir jetzt mal was buddeln? Außer bei dem Fröschen habe ich noch nix gesehen, jetzt wegen buddeln. Wo kann ich denn buddeln? Buddeln? Wo buddeln? Ja, und das eine ist ja dann auch... Hier rechts müssen wir noch jetzt Treibholz holen. Das müssen wir auch gleich machen auf dem Rückweg. Sehr gut. Wieder dieses Ding. So, und was ist hiermit? Das haben wir halt noch gar nicht, ne? Das ist komisch. Das ist nicht das Auswerfen Ding. Das ist irgendwie was anderes. Vielleicht müssen... Die ein anranden, oder so? Kommt ihr hier rüber? Komm mal her. Kommst du über die Brücke? Ne, ne? Doch. Ne, komm. Komm schon. Komm her. Komm schon. Komm schon. Ja? Ich meine, weil wir das eine haben wir auch kaputt gekriegt mit Gegnern. Andererseits ein Schadenstyp. Ja, ich bin dabei. Komm her. Ja? Digi. Komm jetzt her. Ne, ich glaube nicht. Aber hier können wir... Äh, putteln. Zack. 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 Was wollte er nochmal? Er wollte irgendeine Zutat... Ich erinnere mich. Er wollte irgendeine Zutat aus dem anderen haben. Ich habe mich aber... Jawohl, das haben wir auch geschafft, weil wir die ganzen Dinger gesammelt haben. Was wolltest du nochmal haben? Concord. Hast du... Markwurzeln. Ja, habe ich, aber nicht gerade dabei. Warte mal eben. Haben wir hier eine Dorfkiste? Äh, ich kann die ja mal eben... Vielleicht kann ich irgendwo eine hinpacken. Können wir hier irgendwo eine Dorfkiste hinpacken? Ist hier irgendwie freier Platz, Dorfkisten mäßig? Hallo. Hallo. Okay, hier ist kein Baumenü. Aber ich glaube, wenn ich hier einen zurückgehe... Äh, zack. Ja, nee. Das ist ja auch nicht... Mittel... Im Sinn. Ich meine, hier... Ich meine, hier... Ah, nee, da... Kein Platz. Braucht richtig Platz. Da unten. Aua! Hier könnte ich eine hinbauen. Dass wir auch einfach eine in der Nähe haben. Ey, ich habe die gar nicht dabei. Ach, weil wir ja gar keinen Harz hatten. Äh. Okay, warte. Mal eben. Äh, wie viele wollt er denn? Wahrscheinlich nur fünf. Gehe ich mal von aus. So. Die geben wir ihm da nochmal eben, natürlich. Die bringen wir ihm nach Hause. Ne, ah, daneben. Oh, warte mal. Die brauche ich doch. Oh, ich habe wieder ein Foto. Drei Fotos wieder gekriegt. Oh, das war nichts. Aua. Warte, warte, warte. Geh weg. Geh weg und halt die Schnut. Nein, 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 nein. Ach so, jetzt kann ich ja auch eigentlich unseren Samenbeutel wieder nehmen. Weil hier können wir ja auch noch rumsamen. Hier zum Beispiel. Warte. Zack. Und... Oh nein, er ist nachts nicht da. Oh, ich kotze im Strahl. Willst du mich verarschen? Dass der jetzt nicht da ist, ne? Äh. Gut. Dann verpissen wir es jetzt. Ganz ehrlich, dann holen wir uns noch drei Pots eben. Ach, ich muss sie ja trotzdem machen. Hier wieder alle, ne? Die Aufgaben. Ah, falscher Knopf. Schreck. Och, Digi. Oh, so, so. Ich dachte, wir haben ein Tor geht auf, aber in Wirklichkeit... Dass das Treibholz auch nur hier ist, ne? Nerf mich nicht. Geh weg. So. Schreck. Schreck. Guck, da kommt aber nur ne Brücke angefahren. So, gedacht. Ach, warte mal. Vielleicht ist hier Treibholz. Ja, ne Muschel ist da. Also, ganz viel Geld auch. Aber ich will den Sandstein haben. Ja. Scheiß auf dem Gleis, ey. Ganz ehrlich. Track. Schreck. Hey. Ich hab mir mein Ding weg abgebaut. Grundstein. Braucht Treibholz. Das gibt's ja nur hier. Und die rote Muschel könnten wir auch bringen. Wir kriegen auf jeden Fall ne Menge Loot. Aus dem Waden. Aber nicht das Richtige. Das hilft mir ein bisschen. Aber dann müssen wir den Boss ja auch gleich schon wieder machen. Oh, ich kotze jetzt schon wieder. Ah, er wird getroffen. Oder geheilt sogar. Ich bin gerade echt unvorsichtig. Schmeckt das richtig? Weil man das ja alles schon hatte und kennt und macht und tut. Weiter Weg. Schwing, schwing, schwing. Weiter Weg. Schwing, schwing, schwing. Guten Tag, guten Tag. Da, Treibholz. Aoi. Schon mal zwei. Deswegen sind wir ja hier. Aber sonst ist es ja kein Treibholz. Nur die zwei erst. Und wenn man so ein 20er sagt. Wir brauchen 17. Wir brauchen 17 Treibholz. Oh. Ja, ich bin gleich tot. Leck mich doch. Äh, dann brauche ich jetzt ein neues Glas. Hier, guck mal, die Flasche. Haben wir auch noch. Drei Heilungen nur noch. Nein, 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 nein. Au, wusch, wusch. Schmeckt. Zum Glück muss man hier einfach nur nach oben drücken. Weil man die ja auch hochzieht. Tentaculo. Kommwondo. So, auf jeden Fall muss... Also, das muss auf jeden Fall weg. Diese Wurzeln. Die sind ja desto. Oh, shit, ich komme nicht ran. Oh. Oh, weg. Bam, 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 bam. Arme trinken. Alter, hier. Wurbelblase. Uh. Uh. Oh, jetzt müssen wir warten. Wurbelblase. Go. Go, 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 go. Zack. Tschung, tschung. Easy. Schuh, lass mich rein. So, Treibholz. Bitte, ganz viel. Ein. Ein. Und hier? Hier ein bisschen mehr. Stecker weg. Äh, hier, Stecker weg. Äh, Sandsteine. Sandsteine kann man auch mitnehmen. Und das. Und das. Ja, einer. Äh, 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 Muschel weg. Ja, also. Eine Dungeon sind zwei, vier, sechs. Treibholz. Das ist nix. Oh, man muss hier so oft rein. Ich kotze jetzt. Ich kotze auch jetzt schon im Schall wieder. Ich mein, einmal müssen wir auf jeden Fall hier noch... Aua. Digi. Jetzt hab ich keine Heilung mehr. Das war's an Heilung. Ja, so. So, und du? Jawohl, er gab einen. Warte. Äh, dann schmeißen wir noch einen von denen weg. Einen Grundstein. Die brauchen wir. Die sind wichtig. Ja, ähm, wir müssen ja eh noch zu dieser einen Muschel. Dann können wir auch ganz ehrlich... Ach, dann können wir auch Dings nun. Da auch nochmal in die Höhle rein. Na, 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 na. Na, 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 na. Ups. Aufhüllen. Na, 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 na. Ich guck trotzdem mal eben hier nochmal die Läden ab. Na, 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 na. Soll ich denn hier einfach pennen? Soll ich jetzt hier was Neues nehmen? Halt 4, Halt 3, Halt 4 zum Beispiel. Fördert auch das Wachstum. Blättertau, Meerestau, Metall. Ich meine, ich brauch da Metalltau, ne? Komm, ich mach das mal hier rein. Mach einfach mal... ...alle Flaschen damit voll. Jetzt hab ich überall Metalltau. Weil das gab ja auch nochmal eine Erinnerung. Dann haben wir das auch schon mal nebenbei dann gemacht. So, ansonsten... Ja, dann... Ja, soll ich dann hier pennen? Ach, hier nicht. Ein weiter. Ja, dann pennen. Pennen wir. Dann pennen wir hier, wa? Würde ich sagen. Können wir hier auch noch irgendwie was pflanzen? Ne, ne? Aber wir hatten doch... Ja, ne. Ich bleib beim Strohhut. Beim Strohhut bleib ich. So, Stöcker rein. Und ab in die Falle. Warte, warte, warte. Hier. Wir haben ja ein Geist mehr. Und wir haben... Das... Das Wunschelruten-Fadenkreuz zielt automatisch, wenn ein Gegner vor dir steht. Okay. Konkord erhält ein klein Tempo, wenn er Gegner mit dem Parasol trifft. Parasol? Was für ein Parasol? Parasol? Ein Regenschirm, aber ich habe keinen Regenschirm. Äh? Ja, dann nehme ich... Nimm ich so einen Stärkungseffekt unterm Schirm. Aber es sind überall Schirme, ne? Nimm ich erst mal das mit den... Weniger Aufdauer. Erstmal. Nya, 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 nya. Haben wir eh nichts geschafft. Ein bisschen hier. Nö. Oh, das auch. Na ja, mal hin. Nö. Na ja. Nö. 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 Vielen Dank.